In der Statue. Leben. Ich weiß gar nicht, ob es im Minental dann auch die ein oder andere Enos-Statue gibt. Ich glaube nicht und wenn, dann wahrscheinlich nur direkt bei dem Paladin. Ich weiß gar nicht, dass es so viele Wags gibt, ey. Wage? Wagenrad! Du schaffst es. Komm. Mann! Du könntest ruhig einfach ein bisschen besser am Springen sein. Wirklich. Wenigstens ist ein Millimeter. So wahnsinnig weit weg, ey. Da unten ist er. Ne, ist er nicht. Da regert das Fairly Talk. Skelett. Da, wo wir keine Chance haben. Irrlicht. Weiß ich auch immer noch nicht, wie ich das machen soll. Ehrlich gesagt. Dann unten noch ein Barg. Skelett. Niedere Skelett. Unten ein Goblinskelett. Äh. Das ist eine Semine. Wir versuchen erstmal hier runter zu gehen. Lob. Nein. Gott, greif den Barg an. Bitte greif den Barg an. Oh mein Gott, greif den Barg an. Bitte greif den Barg an. Oh mein Gott, greif den Barg an. Und er lässt sich einfach töten. Er lässt sich... Mach doch mal was! Was ist denn das jetzt gewesen? Überhaupt keine Bewegung mehr. Keine Bewegung mehr. Krank, ey. Okay. Was ist da auf, bitte, damit? Isst du normal hier runter? Yikes! Er ist immer noch nicht. Oh doch, siehste, ich hab getroffen. Das sag ich doch, ich mach das normalerweise so. Es ist einfach beschissen, das zu treffen, ey. Komm zurück! Meine Leute, ey. Schön, schön. Hier dürfte ich langlaufen, hier war ja erstmal nichts. Außer alles. Stimmt auch nichts dabei, ne? Nee, natürlich nicht. Tja, wäre es ja nützlich! Ähm... Alright. Alright. Nee. So. Folgen einfach mal diesem Pfad. Skelett ist nicht gut. Aber wenn es Nummer 1 ist, vielleicht... Das ist garantiert nicht noch eins. Mindestens zwei, wahrscheinlich 500 oder so. Aber egal. Kann ich es trotzdem versuchen? Oh Gott. Ich mach quasi überhaupt keinen Schaden. Ja. Nee, das bringt nichts. Also gegen die sollte ich mich echt nicht... Also wir machen erstens keinen Schaden. Und zweitens bringen die uns einfach... doch recht schnell um. Also das... können wir lassen. Gut. Was? Oh Gott. Fliege? Blutfliege ist okay. Oh Schattenläufer. Schön. 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 Ach, macht doch nicht so'n Schwachsinn jetzt hier. Seid ihr so blöd, oder tut ihr nur so? Ja, du wüsstest auch was. Weiß auch. Ich darf hier hochlaufen, ey. So, nehmen wir noch den Schattenläufer. Entschuldigung, ich wollte dich noch nicht, also... Das, äh, der hat mich doch recht schnell, der war ja sofort wach, Alter. Das, äh, ging schnell. Okay, ähm... Also wir haben hinten auf jeden Fall noch einige Snapper und irgendwo hängt noch dieser Elite-Org rum. Komisch, letztes Mal bin ich ihm so schnell über den Weg gelaufen und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ist der irgendwo in diesem Waldstück und ich finde ihn partout nicht. Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich torke. Der war eigentlich irgendwo da hinten schon bei den Skeletten, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt einfach formidabel an ihm vorbeigelatscht. Großes Kino. So. Jeder voll geheilt. Ospar wird uns wieder irgendwie drei Millionen, äh, Goldstücke geben. So, guck mal, gar nicht mehr so lange. Äh, fast nur noch 2000, das kriegen wir hin. Morad. Mal schön scannen links und rechts. Da noch mehr Skelette. Geh, Leute. Komm mal bitte her. Ja, ich glaube, ich lasse das Fleisch da mal liegen. Ist ja nicht so, als ob wir das irgendwie auch nur ansatzweise dringend bräuchten. So, jetzt sind wir wieder unten bei dem abgebrannten Gedöns hier, ne? Genau. Kurz. Wenn mich nicht alles total täuscht, sind hier sogar zwei Elite-Orcs. Weil hier müsste auch irgendwo nochmal einer rumhocken. Ähm. Aber wie gesagt. Ich weiß das auch nicht zu 100%. Alter. Ist das steil hier. Und der rennt hier einfach rauf, als wär's mischt. Waag. Feldräuber. Feldräuber. Riesenratter. So. Ähm. Waag war hier irgendwo. Da. Und. Oh ja, hallo. Triff bitte. So. Äh. Ah. Scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung. Da packt man einmal den Bogen nicht aus. Ein einziges Mal packt man den Bogen nicht aus. Oh. Gleich zwei Stück, ey. Hm. Ende erstmal ein bisschen weg. Okay. Äh. Zwei Stück. Und die arbeiten engstens zusammen. Dann müssen wir uns irgendwie schauen, dass wir es trotzdem schaffen, nur einen von beiden anzulocken. Weil beide gleichzeitig ist so eher nicht. Eher nicht so eine gute Idee. Ah, ich schaue mal. Die kommen halt auch irgendwie so plötzlich. Ork-Krieger. Okay. Hm. Wenn ich die so angreife, kommen die wahrscheinlich auch direkt im Doppelpack. Oh, das war gut. Das war gut. Wir haben ihn getötet, bevor er es geschafft hat, zu uns zu kommen. Also auch, wenn wir gerade noch nicht sonderlich gut am Treffen sind. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und es ist auch extrem gut zu wissen, dass die tatsächlich dann immer noch einzeln ankommen. Ja. Auch, wenn sie in der Gruppe stehen. Schön. 500 Erfahrungspunkte mehr. Haben oder nicht haben. Na, also das ist halt, ähm, der Teil an dem Minental. Da steigt man doch relativ häufig und schnell hintereinander weg auf. Weil das dann doch, äh, jedes Mal 250 Erfahrungspunkte Elite Ork gibt. Glaub ich 350, wenn nicht sogar mehr. Ist auch schon wieder fast geschafft. Ähm. Kann man auf jeden Fall nicht wirklich meckern. Nicht wirklich. Da kann man nicht wirklich meckern. Alright. Okay. Renny, aber auch mitten im Wald rum, ne? Ich glaube, ich habe die Ork-Liede gefunden. Ich habe die Ork-Liede gefunden. Ich habe die Ork-Liede gefunden. Okay. Oh, getroffen. Bibi, bitte triff. Schaden machen wir nicht, ne? Oh. Nee. Da müsste ich zwischendurch weglaufen. Gott ist es. Ist auch alles hier eher so optimal. Nein, nicht. Man, wir sind jetzt mal hier rauf. Der kommt ja ja noch schneller ran. Aber ist egal. Ist mal egal. Was macht eine Ork-Liede hier? Jetzt habe ich getroffen. Okay, lauf. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh. Jyix. Lass mich. Das ist fein. Lass mich. Ja, ist da hängen geblieben? Okay. Kann sich nur mehr hunderte handeln. Wir sind Augen verloren. Fuck, wo ist er hin? Fuck. Zombie? Skelett? Wo ist meine Ork-Liede hin? Hm? Da ist sie wieder. Okay. Das wird eine Weile dauern. Ich speede das mal ein bisschen ab für dich. Ich binlow, der Erst насaggio mit Haus. Das wird die Weile zurückgezogen. Ich hab' Luis localiert ihn. Ich habe mich, glaub ich, glaub ich alle da nach hinten, besagen, mich geheißen. Das ist eine Weile Yarbe. Ich binw regards zusammengehe everybody. Ich binw연 Teil. Dasitausyend. Wir sind nieoun%. Ich Alter und Continue. Ich habe einen Augen souvenir. Ja, ich binw conscient. sweet ja das letzte mal war jetzt schon ein bisschen mutig jetzt mal so aber wir haben es geschafft uns geschafft und wie ich gesagt habt ihr in der 50 erfahrungsbüte ja so dann haben wir da hinten noch ein zombie und zombie kriegen wir hin aber es wird wahrscheinlich nicht nur einer sein ich die kenne und ein skelett ist auf jeden fall auch da wir haben ja wir haben untote vernichten aber dafür haben sollten wir nicht oder haben nicht genug mana aber da guck ich auch gleich mal nach guck mal jetzt haben wir schon fast geschafft unser ganzes fleisch auf zu fressen aber wenigste einsorge weniger meine gute 100 jahre später so gucken wir mal untote vernichten 17 okay also wir können es schaffen plus 10 aber nicht die fast 20 punkte die uns da nicht ja es ist ein bisschen ein bisschen sehr heftig wo ist deine kack waffe dankeschön august dankeschwert dankeschön dankeschön das ist noch einer das sind noch einige ich bin schon zweimal aufgestiegen läuft bei uns läuft da ist noch einer oh ne lass mal lass mal den bogen draußen skelett da sind wir wieder bei den skeletten aber jetzt doch immerhin schon mal gut dass die da dafür sorgen dass man das wirklich rechtzeitig merkt weil die dann alles zu sparen mit nebelmaschinen ich weiß nicht ob ich den zombie wieder finde ehrlich gesagt weil das sieht hier doch alles irgendwie gleich aus ich weiß nicht mal ganz hinten ja doch okay war da hier hatten wir die beiden normalen orks in anführungsstrichen getötet und das heißt da unten sollten dann ja genau das skelett und ein zombie zwei zombies wie gesagt den zombie kriegen wir irgendwie hin zwei zombies okay mal gucken hier ist gar nicht haben diejenigen gruppen gehabt die haben die tatsächlich ist süß der ist jetzt schon direkt vor die und du triffst immer noch nicht ich wünsche halt auch irgendwie dass die nicht so schnell werden das wäre auch einfach ganz nett schön dass die immer warten bis ich es geschafft habe mich mal umzudrehen hier klaufen noch nicht fertig jetzt hat er mich getroffen ich hasse dieses geräusch ne ich habe Psychiatra wir haben jetzt jetzt ich jetzt hier Und dann geht's wieder runter. Ja, ne, das hat ja jetzt einfach nur zwölf Millionen Jahre gedauert. Dann können wir jetzt gleich nochmal schlafen legen. Und, äh, ja, den dort ein Zombie lassen wir einfach. Ich meine, das ist sowieso das drittes Mal aufsteigen, schreibt mir nicht das noch. Äh, 8000. Äh, da gehen wir jetzt nur nochmal zu den Snappern, dass wir uns die auf jeden Fall gerne schnappen. Und dann haben wir halt auch schon wieder einiges, einiges geschafft, würde ich sagen. Und dann haben wir auf jeden Fall nochmal 20 Punkte, die wir investieren können in Bogen. Dass wir da ein bisschen besser treffen. Das wäre schon einfach ganz nett, weil zur Zeit ist das echt nicht so irre. Ähm, okay, und dann können wir auf jeden Fall sagen, also das sind ja auf jeden Fall nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, Skelette. Und, äh, mindestens ein Zombie. Oh, direkt getroffen, schön. Okidoki. Und ja, können wir gleich nochmal beten. Was ich gehört. Äh. Ende. Und ja, können wir gleich nochmal beten. Was ist das für ein Weg? Achso, der fährt nur hier oben nochmal rauf. Aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas eine Bedeutung ist. Außer Pflänzchen. 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 geschnappt ja dann ist das so dann da geht es jetzt zurück zur stadt ja also 7000 weiß ich jetzt beim besten will nicht wo ich die alle hier nehmen soll also ja bestimmt ist auch hier und dann noch mal der ein oder andere wag nochmal dazwischen gerutscht was da jetzt noch im wald zu finden ist aber an sich wenn man sich das jetzt so als training vorstellt fürs minenteil ja nicht nicht furchtbar so viel kann ich sagen wir werden auf jeden fall alles was wir jetzt haben investieren in bogen ich hatte kurz überlegt ob wir vielleicht doch in ein hand gehen aber wie gesagt ich wenn ich nicht zwangsläufig muss und bisher scheint es nur bei den bei den irrlichtern so zu sein dann versuche ich nicht mal annähernd da irgendwie in einen kampf zu gehen weil es echt nicht sein muss weil wir brauchen jetzt nicht jeden erfahrungspunkt wie bogen und alles andere ist erst mal egal wirklich wirklich tja irgendwer muss die arbeit machen das ist mal wieder typisch das ist sowieso ich bin jetzt immerhin bei drei und vierzig so ein bisschen besser so dann gucken wir noch mal ob wir lichtzauber finden ich weiß gar nicht hätte der eigentlich auch zauber was du nicht sagst und es wird noch viel schlimmer und es wird noch viel schlimmer rutsch war zählich kann das ist ja interessant ich habe was anderes gehört er erzählt jetzt nehmen wir werden wir brauchen wenn wir brauchen das ende schlimme zeiten sind das nicht nicht es es ich es 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 ich